So, wieder zurück bei Dead Island und jetzt ging hier gerade schon fett die Luzi ab. Wo ich jetzt gar nicht dazukommen bin, auf den Aufnahmeknopf zu drücken. Also wie man sieht, habe ich hier jetzt gerade schon mal ein paar erledigt. Schwache, böse Sichel. Unlogisch. Schwache, böse Sichel. Ja, ne schwache, böse Sichel. Das ist doch... Die eigentlich recht gut ist und die nicht mehr mit. Mysteriös. Was? Mysteriös. Ja, schlecht. Da haben wir auch schon eine. Oh, die ist nicht so gut. Dann schmeißen wir doch jetzt mal die blöde Sau hier weg. Die blöde Bixen. Das tauschen wir jetzt erstmal gegen das ein. Die blöde Bixen, hast du gesagt. Die blöde Bixen. Was bin ich denn jetzt? Ich bin schon auf dem, gell? Ich mache das doch mal so. Der hat nichts, der hat das. Da ging es ja echt gerade ab, hier. Leck Gummio. Ja, da kann ich kaum schauen, ich bin schon tot gewesen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Da sind 36 Gold Minzenthaler. Und da halt mal ein Lappen. Tut mir echt leid, dass ich da jetzt nicht so schnell reagieren konnte, aber das ging mir echt gar nicht. Auf jeden Fall haben wir hier aufgeräumt. So wie es aussieht. Wo müssen wir denn lang? Gott, diese Geräusche hier unten drin sind echt derbe. Da ist doch einer. Ja, haben wir schon gesehen. Das ist doch ein Blubbermann. Tschüss. Das war ein Blubbermann. Was hat denn der dabei? Gott, hast du das auch gehört? Ja. Ich gebe mich am Arsch, diese Töne hier drinnen immer. Boah. Die sind mal richtig anders wie draußen oder woanders. Die sind mal richtig derbe, ey. Ja. Da ist aber nichts mehr jetzt, oder? Nein, glaub nicht. Ich glaube, du musst sogar nicht rein, oder? Nein, ich habe bloß gerade mal geschaut, ob da irgendwo was herkommt. Oh, da geht es doch schon wieder nach draußen, oder? Nein. Wo geht es zu den Gehern? Zum Gehern. Wieso nimmst du eigentlich die Pistole? Keine Ahnung. So kann ich sie besser auf Abstand halten. Komm, ich gebe dem Headshot, ey. Aber der geht nicht drauf. Du kannst ruhig noch näher kommen. Ui, der hat den einen mit den Toten ergerissen, die... Ne, äh... Aber jetzt trifft doch einmal. Der ist ja ausgewichen. Ja, der ist mir echt ausgewichen, da ist recht. Deswegen konnte ich ihm kein... Musst du auf dem Glamour noch was weg? Äh, nicht gleich umbringen. Das ist da vorne noch irgendwas. Wow. Diese Töne, die machen mir verrückt. Achso. Eigenbau-Doppelklinge. Ähm, braucht man das? Ich weiß es nicht. Ich schaue mal ins Inventar, was wir noch wegschmeißen können. Die behalten wir. Die behalten wir auf jeden Fall. Gewehr, bla bla, schlag mich dort, den behalten wir. Äh... Was hat denn das für Werte? Ja, ich kann mich nicht entscheiden, ehrlich gesagt. Ich kann mich nicht entscheiden. Lass sie da. Ja, dann lasse ich sie da liegen. Würde ich glatt sagen. Mhm. Der hat nix. Energy-Tering brauchen wir jetzt leider. Dann würde ich sagen, schleichen wir uns mal weiter hier. Da drüben versaufen, glaube ich, gerade welche. Da... fliegen schon die Fünfen rum. Geh halt drauf, komm. Ich glaube, ich muss näher hingehen. Äh. Doch nicht. Der lebt noch. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt fände ich euch auch. Oh Gott. Oh Gott. Oh, du bist so geil. Äh, äh. Äh. Entschuldigung. Ich bin so geil. Oh Gott, das war jetzt echt so genial wieder mal. Ja. Ach, mir taugt das mit der Waffe. Ja, drei, zwei, eins. Ja, das war's dann mit der Waffe, würde ich mal sagen. Und rechts, der lebt auch noch. rechts neben dir jetzt machen wir alles leer was wir haben der Weg war umsonst, nein hallo, warum keine Ahnung, weil ich gerade Lust habe nee, da brauchst du wieder was in der Hasch vielleicht finden die ja wieder was ich glaube in das Wasser kann ich nicht reingehen mein Gott, die braucht doch den blöden Energy Drink gar nicht nee, geh lieber nicht rein nee, da darf ich nicht rein, sonst sonst muss ich voll ab jetzt kommt eine andere Waffe das macht aber Spaß, nein was mich doch umballern, bitte in Bosch aber nicht jammern, gell? freundlich haben wir nicht an was ist das Zeichen da? wo? das rote? wo? oben am Weg, oben wo denn? auf der Karte meinst du? ja keine Ahnung, das ist glaube ich ein Ausgang oder so ja das kann sein hallo, der will doch sein Näckerchen machen er darf aber nicht warum störst du ihn? ja, weil ich das jetzt so will ja, du musst die andere Seite warte mal, drefe ich das da hinten? nein doch boah, geil da ist nix egal, ich wollte doch nur mal gucken nein du zügig ist immer alles raus tue ich gar nicht doch das stimmt gar nicht was du immer redest Lade Stadthalle Teil 2 derbe scheiße hast du eigentlich auf die Uhr geschaut? ja nein oh oh ich hab sie genau gehört ich auch, aber ich weiß nicht woher ich hab sie genau gehört ich hab sie genau gehört also genau gehört, ja ja die Schlampe die alte Schlampe da das ist schon rumrückt, die Sau ne, brauchen wir jetzt nicht und sonst liegt da hier glaube ich nix rum, oder? ne kann man da eigentlich upgraden jetzt? ähm naja, mit dem Geld wir hatten da irgendwo das so eine überbrutale Waffe also einmal die Axt ja brutal, äh die da hier könnten wir mal ein wenig upgraden weil die hebt recht gut sie ist sicher ja warum nicht, und die ist jetzt nicht so teuer die sind alle hinter der Tür die sind alle hinter der Tür du auch nicht oben ich seh doch da was boah, das ist gerade hehehehe hehehehe muhehehe muhehehehehe schau mal, die geht jetzt recht gut ab, die Waffe ja muss man ja schon mal sagen ja muss man ja schon mal sagen was macht er das denn hier so wahnsinnig? die sind das Judo? ich weiß es nicht ne das bloß ein blöder Ventilator vorsichtig vorsichtig also ich glaub das sind richtig viele an einem Fleck wenn das sich so laut anhört ja die sind da dran ich will bloß nochmal sicher gehen und gucken oh das ist ja schrecklich ne doch nicht den schnapp ihm als das allererstes ähm weißt du was da grad dran stand ach Rammler ja verstanden ey ich hab die Wiese ne Renner das ne Rammler und blub ob man blub ob man blub ob man du dumm 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 ich treffe nicht scheit weil das ist so du boah, das war doch jetzt aber eins immer nur eins ja das ist scheiße lass den kann später machen aber jetzt ist er gleich weg bam hamam der hat eh nix das haben wir echt souverän gelöst würd ich mal glaub behaupten ja wir sind richtig mutig oh shit was granate ich glaub die kommen gleich oh jetzt sieht das eklig an komm scheiß doch auf die granate oder was nicht vielleicht ist es ja nützlich wenn da richtig viele ja gut dann lassen wir die Waffe da die sind wir natürlich jetzt noch nicht da der flippt dann immer total aus gerade immer wer ja er hier ich drück einmal mit der Maus drauf her und der zack 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 haut ihm eine Nei und Nornel her drauf und dann hast du nicht gesehen und da sind 169 gold stück taler münzen drinnen oh jetzt wird laut ich glaub die sind vielleicht da da sind die da ja sicher weil jetzt musst du das mit die Tür so aufmachen und dann heilige Scheiße boah geh wieder raus geh wieder raus die sind ja irre die sind ja irre mein Gott ist das geil boah da liegt ein Bein oder was denn hab ich da dem abgesäbelt und der ist jetzt unter seinem ne das ist ein Arm glaube ich aber das ist unter seinem Pip unter seinem Pip ja weil der möchte halt auch mal grault werden verstehe ich das ist halt so weh es ist eklig da lang weiter wo ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust habe rein zu gehen ich finde das so episch geil hier grad dem Schlag nicht eigentlich Lust da rein zu gehen nein 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 schlag den nochmal gegen den Kopf und dann? vielleicht fliegt der ja die Treppen runter oder so nein ah scheiße sorry hier hier ist doch genau wie viele da drin sind hallo hallo das war ein Luschi Schlag hallo boah schick mich da nicht zu ah Medikid wo kommt denn das hin? da ok Riesen Snack Riesen Snack 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 sehr genau das seine Workbench ist wo kommen da jetzt nicht rein was rein, hin? ich will doch da jetzt rein, verstehst du? so richtig schön rein hier Ja, bitteschön. Jetzt kommst du wieder raus. Hallo? Ich würde dir aber auch mal sagen, hier. Ich muss mir schon in den Kopf abkackt. Alter, wer schreit denn da so? Wie geil ist denn das? Was ist das? Das weiß ich nicht, warum es sich so anhört, weil es da... Geh, halt drück, du Arsch. Oh, da ist das bei mir besser was. Das Dinge? Das macht den ein bisschen Feuer unter dem Hintern doch.